Willkommen zurück zur Videoreihe Strecke, Strahl und Gerade. Ich bin Melanie und werde dich in diesem Video begleiten. Heute lernst du Strecke, Strahl und Gerade anhand von Beispielen zu unterscheiden. Dafür solltest du mit dem Geodreieck arbeiten können, die Definition von Strecke, Strahl und Gerade wissen, sowie eine Strecke, einen Strahl und eine Gerade zeichnen können. Wenn du dir bei der Definition von Strecke, Strahl und Gerade oder beim Zeichnen noch unsicher bist, schaue dir am besten die vorherigen Videos in dieser Videoreihe an. Dort erkläre ich es dir. Richte dir für dieses Video bitte einen Zettel, einen gespitzten Bleistift, drei Buntstifte in den Farben Orange, Grün und Blau und ein Geodreieck. Passiere dazu das Video. Bevor wir loslegen, schauen wir, ob du dich noch an die Eigenschaften von Strecke, Strahl und Gerade erinnern kannst. Ich zeige dir hier ein paar Merkmale. Überlege dir, ob es sich dabei um Strecke, Strahl oder Gerade handelt. Pausiere dazu das Video. Ich zeige dir jetzt die Lösungen. Ein Strahl hat einen Anfangspunkt, aber keinen Endpunkt. Eine Gerade hat keinen Anfangspunkt und keinen Endpunkt. Eine Strecke hat einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Hast du es auch so? Gut gemacht! Ich zeige dir auch noch drei Beispiele zur Strecke, Strahl und Gerade. Schauen wir, ob du diese erkennen kannst und versuche sie, der Strecke, dem Strahl oder der Geraden zuzuordnen. Pausiere wieder das Video. Vergleiche hier deine Antworten. Hast du auch das richtig? Super! Bist du bereit für die nächste Herausforderung? Ich zeige dir jetzt eine Abbildung mit unterschiedlichen Strecken, Strahlen und Geraden. Nimm dir Zeit, um die unterschiedlichen Linien zu bestimmen. Drücke dazu auf Pause und mache dir Notizen. Ich gehe es jetzt gemeinsam mit dir durch. Beginnen wir beim Haus. Das Haus besteht aus vier Strecken. Diese sind in Grau markiert. Beim Dach des Hauses finden wir ebenso Strecken, nämlich zwei, welche in der Farbe Rot markiert sind. Schauen wir uns nun die drei grünen Linien unterhalb des Hauses an. Handelt es sich hierbei um Strecken, Strahle oder Gerade? Was glaubst du? Richtig! Das sind drei Geraden, da sie keinen Anfangspunkt und keinen Endpunkt haben. Und was findest du beim Pool? Hast du auch mehrere Strecken gefunden? Hier zeige ich dir die vorhandenen Strecken. Vielleicht hast du auch schon bemerkt, dass diese Linien keine Strecken sind, da sie krumm und nicht gerade sind. Nun möchten wir noch die Linien bei der Sonne betrachten. Was würdest du sagen? Genau, es handelt sich hierbei um Strahlen. Ich habe noch ein kleines Rätsel für dich. Du siehst hier in der Mitte einen Punkt M. Rundherum siehst du mehrere weitere Punkte, welche von A bis I beschriftet sind. Ich möchte nun, dass du dir diesen Punkt M sowie alle weiteren Punkte auf deinem Zettel markierst. Pausiere dazu das Video. Wenn du alle Punkte auf deinem Zettel markiert hast, habe ich folgende Aufgabe für dich. Nimm dir deinen orangenen Stift und zeichne vom Punkt M zu den Punkten A, B, C und D eine Strecke. Drücke auf Pause. Hier siehst du meine Lösung. Jetzt nimm deinen grünen Stift und zeichne eine Gerade durch die Punkte E, M und G und eine zweite Gerade durch die Punkte I, M und F. Pausiere wieder das Video. Hier kannst du wieder vergleichen. Als letztes nimm deinen blauen Stift und zeichne einen Strahl von Punkt M durch den Punkt H. Pausiere dazu wieder das Video. Wenn du fertig bist, schaue dir meine Lösung an. Hast du genauso wie ich einen Stern erhalten? Sehr gut gemacht! Nachdem du jetzt einiges über die drei Begriffe Strecke, Strahl und Gerade gelernt hast, habe ich ein Quiz für dich vorbereitet. Richte dir deine drei bunten Farbstifte und pausiere das Video. Lass uns beginnen! Meine erste Quizfrage für dich lautet, welche der beiden Linien sind unendlich lang? Wenn du glaubst, die Antwort Strecke und Gerade ist richtig, nimm deinen orangenen Stift in die Hand. Wenn du dich für die Antwort Strahl und Gerade entscheidest, nimm den grünen Stift. Und wenn du für Strahl und Strecke stimmst, nimm den blauen Stift. Ich warte kurz auf dich. Hast du dich für grün entschieden? Dann liegst du richtig. Ein Strahl hat zwar einen Anfangspunkt, aber keinen Endpunkt und ist daher unendlich lang. Eine Gerade ist in beide Richtungen unendlich lang. Meine zweite Frage für dich lautet, von welcher Linie kann man die genaue Länge bestimmen? Von einer Geraden, von einem Strahl oder von einer Strecke? Hast du auch den blauen Stift gewählt? Sehr gut! Ich habe eine weitere Frage für dich. Welche der folgenden Linien haben keinen Endpunkt? Gerade und Strahl, Strecke und Gerade oder Strecke und Strahl? Nimm wieder den entsprechenden Stift in die Hand. Hast du dich für orange entschieden? Dann hast du es richtig. Meine letzte Frage für dich lautet, wie viele Arten von geraden Linien gibt es? Zwei, drei oder vier? Richtig, es sind drei Arten, nämlich Strecke, Strahl und Gerade. Somit ist grün richtig. Super gemacht! Du bist nun am Ende dieser Videoreihe angelangt. Ich darf dir gratulieren. BAUT BAUT